Der kleine Ort Prinzbach bei Biberach im Schwarzwald war im Mittelalter wegen seiner zahlreichen Silbervorkommen ein reicher Ort mit Stadtmauer. Er stand unter der Herrschaft der Burg Hohen Geroldseck und war im 15. Jahrhundert sogar ein bekanntes Heilbad. Die heute zu sehende Kirche St. Mauritius wurde um 1700 mit einem prunkvollen Churaltarn neu gebaut. Die Schnittfiguren sind die drei Ritterheiligen Mauritius, Georg und Sebastian. Zum Ensemble der Kirche gehören der Friedhof rund um die Kirche mit einem Sandsteinkreuz von 1762, eine Lurzgrotte von 1913 und das Pfarrhaus von 1863 mit Scheune und Stallungen. Seit 2017 wandert man rund um den Ort auf dem neu angelegten Prinzbacher Silberweg. Die 15 Kilometer lange Wanderung führt meist auf Hangwegen oberhalb des Tales entlang und bietet wunderschöne Panoramablicke auf die Landschaft mit großen Bauernhöfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020